Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Force Unleashed 2. Wir haben gerade eine kleine Invasion des Hangars abgewehrt. Imperiale Truppen im Maschinenraum. Du musst sie ausschalten, bevor sie das Schiff lahmlegen. Sie können durch den Antriebskern zum Maschinenraum gelangen, Master. Suchen Sie eine Wartungsluke in Ihrer Nähe. Alles klar. Und das sind sogar Jedi-Siths, whatever. Oh, der hat sich verabschiedet. Der hat sich auch verabschiedet. Au. So, und dann. Kurzerweise weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Also die Gegner waren... Lass mich raten. Ne. Ne. Irgendwas kaputt machen. Nö. Oh ja. Ah. Alles klar. Anhalten. Machen wir damit eigentlich nicht alles kaputt? Oh ja. Ne, ne, ne. So fangen wir erst gar nicht an. Wieder so ein Penükel irgendwo. Nö. Jetzt haben wir hier ein Penükel. Au. So. Der soll nicht so viel schreien. Da tut sich nur weh. Oh ja. Weh. Weh. Mittig. Das war der Trick. Und mehr Gesundheit. Das ist das, was wir brauchen. Ne. Oh. Ehm. Kann ich dich? Danke. Danke. Ich hab so richtig Bock auf den. Nein, komm. Oh, jammel. Schieß deine dumme Rakete. Okay, dann schieß doch deine dumme Rakete wieder. Da. Der ist weg. Und das Ding halten wir jetzt mal an. So. Die sind weg. Okay. Lass mich warten. Weilbar. Gut. Dann nur hier. Können wir aber auch durch. Ah. Alter, beruhig dich doch mal. Was lässt du denn? Da geht auch noch was kaputt. Hier wird es weiter gehen. Ei, 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 ei. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt gerade die Bibel. Und das ist nicht mehr. Gut. Dann haben wir nur zwei Leute aufgedeckt. Klar. Das ist normal. Aber vielleicht müssen wir es später gehen. Ei. Nein. Wir müssen hier hoch. Das macht Sinn. Und runter. Hui. Ich riegele dir den Maschinenraum ab, bis du alle ausgeschaltet hast. Hat schon keinen Nerv mehr. Und. Schau. Ein ATVT. Whatever. Wisst ihr, was ich nicht mag? Oh. Haben wir hier schon mal? Nö. Eins. Zwei. Okay. Na komm. Ei, 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 ei. Mach dich fertig. Och. Ich wollte gerade das Ding mitnehmen. Komm. Schieß deine dumme Rakete. Abfahrt. Oh. Da kommen aber einige her. Auja. Ich nehme dich mal mit, so ein bisschen auf eine kleine Durchreise. Oh. Der hat keinen Kopf mehr, würde ich sagen. So. Der ist. Der macht auch die Wege. Der hat es auch geschockt. Der ist schon ganz geschockt von unserer Methode. Und plötzlich sind die nicht mal so stark. Die waren eigentlich nie wirklich stark. Die sind, die halten halt nicht viel aus. Oh ja. Der ist auch tot. Oh, nicht mal das. Hey, komm bitte. Das war der letzte. Los. Bewegung. Bewegung. Sagt er. Dann Bewegung. Wie er sagte. Yo. Einen neuen Schwert, Christoph. Was haben wir denn? Erzähl mir doch mal. Was haben wir bekommen? Meditation. Stell dir eine Mache bei jedem Schlag wieder her. Ist auch nicht schlecht. Aber brauchen wir so nicht. Wir haben ja verbraucht weniger. Okay. Ich finde, damit laufen wir im Moment ganz gut. Oh ja. Ciao. Hey, komm mal. Ein Mann wurde getroffen. Alter, ich werde die ganze Zeit von irgendwas getroffen. Von ihmchen hier. Oh ja. Und so. Oh Mann. Nein. Achso, okay. Sehr gut. Tschüss. Alter. Natürlich das Level der Flieger. Das ist keiner mehr. Die treffen mich immer gefühlt. Okay. Runter. Da unten ist ein Scharfschützer. Ah, nicht nur Scharfschützer, würde ich sagen. Das ist alles. Hat nämlich alles gesehen. Oh ja. Nein, runter. Schiecht auf sie. Ähm. Ähm. Okay, ich habe gerade einen kleinen Fehler gemacht. Der war ein bisschen doof. Ich war gerade mega unkonzentriert. Deswegen, ich habe gerade versucht, irgendwie mein, 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 mein Gefühl noch hinterher zu bekommen. Okay. Wow. Das war Glück im Unglück. Okay. Okay, jetzt auch. Imperiale Enterkapseln in allen Sektoren. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, das ist ja noch schlimmer. In so einem Eckenkampf hier oder was mit dem. Hey Kumpel. Gib mir mal dein Schild. Einmal in dein Gesichtle. Oh Gott. Oh, der macht Schaden. Oh, der hat Feuer diesmal. Ähm. Hey Kumpel. Brauchst du noch was? Nein. Warte. Ähm. Fuck. Die Dinger müssen gebrannt haben. Aber ist auch ein anderes Thema. dass die Lichtschwerter nie kaputt gehen, das ist ja... Als ob ich wüsste. Neun Schwertkristalle halten. Wieder ein Neun. Verbrennung. Ah, okay, gut. Gegner im Brand. Weiß nicht, was ist das? Ich glaube, wir farmen gerade mit der Mischung ganz gut. Äh, kommt. Ich muss ja erstmal das Ding aus der Hand nehmen und dann kann ich das noch geben. Aua. Ah ja. Wieder das gleiche. Bisschen entflammbares. Die bleiben schon wieder hin. Ich verstehe das nicht. Oh ja. Hat er mich einfach weggeblockt. Oh ja. Da hat er mich gut erwischt. Auf den Kopf. Nein. 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 Jetzt habe ich den ersten von zwei. Und jetzt den hier. Komm, hey, komm. Hey, 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 hey. Wir müssen uns mal anständig miteinander auseinandersetzen. Zack. Weg ist er. Gut. Äh, ich würde sagen, wir brauchen ein bisschen Energie. Wir müssen da. Passt. Abfahrt. Hey, Kumpel. Du bist hier definitiv falsch. Wenn ich's dir mal... Warum kann ich den nicht hochheben? Na komm. Kommt mir an. Geh doch. Ja, der ist tot. Kann ich das machen, was ich immer dachte? Boah. Aber wisst ihr, was ich kacke finde mittlerweile? Es wiederholt sich alles. Es wiederholt sich einfach alles. Oh. Und das finde ich nicht so schön dann. Weil... Muss ja nicht. Hey. Ach, ne. Ah ja. Ich hau dich erst mal mit dem Ding. Alter, was? Ich hab den... Ich krieg's kurz manchmal. In einigen Levels... mag ich das gar nicht. Ah ja. Du hast dich drum gekümmert. Danke. Ah ja, komm. Dann kann ich dich auch noch mitnehmen, Kumpel. So, wenn du tot bist, dann kann ich dich auch noch mitnehmen. Lass dir das schmecken. Brüderchen. Und... Und... Oh, okay. Schöner Treffer nochmal. Eines meiner Störtes wird. Ja, ja, komm. Er hat den einen geschmolzern. Und den einen hat es jetzt... Oh ja. Oh, was? Aua. Haben die sich gerade gegenseitig gefetzt? Aua. Hey, komm. Weißt du was? Und... Ciao. Uiuiui. Äh, ist was im Brand gesteckt war. Wo ist denn der Kumpel? Das, was du kannst, kann ich auch. Okay. So. So. Batz. Ich würde sagen, du bist tot, Kumpel. Also, wir haben hier hinten so eine... So eine hier. Die können wir da hinten einsetzen. Ja. Das. Perfekt. Wir müssen ein bisschen mit den Leuten arbeiten. Ich sag's euch. Lass mich raten. Höher oder tiefer? Anziehen bei der. Aber es geht nicht beides. Der hätte aber auch anders springen können. Egal. Das sieht übel aus, Kota. Überlass Proxy den Pessimismus. Die Geschütze funktionieren und wir fliegen immer noch. Das ist kein Pessimismus, General. Das ist eine Katerkapsel auf dem Waffendeck, General. Ich kümmere mich darum. Sie dürfen nicht zur Hauptkanone. Okay. Dann den weg. Und dann hau ich den nur noch rum. Ha! Ha! So. Auf imperialen Angriff vorbereiten. Tag, 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 tag. Der ist nur noch Sense. Den muss ich wohl rausnehmen und da vorne einsetzen. Ähm, hoch, 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 hoch. Ob mich juckt. Okay. Ah ja. Ui. Ui, dui. So, jetzt haben wir dich erst mal weg, Kumpel. So. Oh. Mach Upgrade verfügbar. Das ist doch etwas, was ich hören wollte. Nicht. Aua. Da hinten ist der Typ. Den hab ich aber. Ah, ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Das wird ein Ding hier. Ein halber. Oh, der. Aua. Oh, den hast du aber. Hat aber gut getroffen, den Kumpel. Oh, der brennt. Wollte ja gar nicht sagen, aber er brennt. Bisschen Leben. Oh. Nochmal. Warte. 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 Ui, ui, ui. Das ging schief. Alter, jetzt. Au. Ah, jetzt hab ich ihn aber. Volle Power. Und. Ciao. Aber den Arm aufreißen. Im Brand setzen. Ach. So, Jungs. Jetzt seid ihr dran. Fax. Au. So, du machst die Biege. Ciao. Okay. Und du auch? Weißt du was? Oh. Das hat nicht geklappt. Okay. Dann muss er erstmal rumgefahren. Schade. Schade. Rot. Die ihn jetzt gerade schmeißen aus. Schmue. Dann geht nix. Aber hier. Ah. Fö. Okay. Gibt's denn hier eine? Hier gibt's auch keine. Gut, brauchen wir vielleicht auch gar nicht. Ja, ja. Alles klar. Wo brauchen wir die denn? Da vorne oder was? Na komm. Geh doch einmal weg. Ach. Ich weiß, wie wir sie brauchen. Alles klar. Das ist eine coole, coole Idee gerade. So. Gehen da rücken wir mal. Glaub mal. Und ranne. Und jetzt schießt das Ding auch. Päufgai. Passt doch. So muss das. Das Spiel ist abgestürzt. Oder was? Jo. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank für's Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.